Ich möchte hier mit einem Punkt jetzt auch beginnen, der sachlichen Kritik an der Euro-Rettungspolitik und der bezieht sich auf eigentlich eine kürzlich erschienene Interviewäußerung von Herrn Regling, dem Chef der EFSF und des ISM, in der Herr Regling offenbart hat, dass Griechenland Hilfskredite in Höhe von 133 Milliarden Euro inzwischen bekommen hat, mit Laufzeiten von im Schnitt ungefähr 30 Jahren, also genau 32 Jahre, zu einem Zinssatz von 1,5 Prozent. 1,5 Prozent ist ein Zinssatz, der bei derartigen Laufzeiten nicht in selber Art und Weise am Kapitalmarkt refinanziert werden kann. Das Kreditgebaren der EFSF verstößt eindeutig gegen die Bestimmungen des EFSF-Vertrages, es verstößt gegen die Bestimmungen der Griechenland Hilfe, Es verstößt im Übrigen auch gegen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der im Urteil Pringle vs. Island ausdrücklich festgehalten hat, dass eine Marge zu erzielen ist durch den ESM. Das gilt aber analog dann auch für die EFSF. Der Vertragsverstoß würde im Grunde genommen nahe legen, dass man juristische Methoden, juristische Mittel einsetzt, um dagegen vorzugehen. Das ist aber nicht möglich, weil ein Vertragsverstoß gegen den EFSF-Vertrag oder gegen den ESM-Vertrag nur geltend gemacht werden kann von den Vertragsparteien selbst, also den Regierungen der Euro-Staaten. Kein Bürger in Deutschland, keine Institution, keine Fraktion im Europäischen Parlament, auch das Europäische Parlament selbst, ist klageberechtigt bei Verstößen gegen den ESM-Vertrag oder gegen den EFSF-Vertrag, weil das ein intergouvernementaler Vertrag ist. Die einzige Möglichkeit, diesen Sachverhalt aufzugreifen und anzugreifen, ist das politische Umfeld, die politische Aktivität. Und das tun wir jetzt als Partei, indem ich Sie informiere über dieses Schreiben, was ich an Herrn Schäuble gerichtet habe und indem ich ausführlich dargelegt habe, welche Sachverhalte dort gegeben sind und warum diese Vertragsverstöße sind, die eindeutig gegen die Interessen der deutschen Bürger, insbesondere in ihrer Funktion als Steuerzahler, gerichtet sind. Es gibt einen ganz aktuellen Aufruf der Städte, der Gemeinden und der Kreise in Deutschland, die im Zusammenhang mit der Europawahl sich an die EU und die Europolitik gewandt haben, endlich mit der Überregulierung aufzuhören und das Prinzip der Subsidiarität, was ja im Lissabon-Vertrag festgeschrieben ist, ernst zu nehmen. Und für mich sind auch die Beispiele, die Sie dort genommen haben, ein weiterer Beleg, dass wir mit unserem Europaprogramm richtig sind und auch mit den Leitlinien. Da werden also aus Europa alle möglichen Vorschriften den Kommunen gemacht, die in den Kommunen eigentlich viel besser erledigt werden können. Und für uns ist ja der Begriff Subsidiarität nicht nur eine Aufforderung, gewisse Verantwortlichkeiten wieder in die Nationen zurückzulegen oder in die Länder oder in die Staaten, sondern auch in die Bundesländer und natürlich auch in die Kommunen. Und nach Lektüre dieses Aufrufs komme ich zum Schluss, dass diese Kommunen, die Städte und Gemeinden eigentlich nur eine einzige Partei in Deutschland haben, die ihr Anliegen ernst nimmt. Und das ist die Alternative für Deutschland. Wenn Sie unser Europaprogramm lesen, dann können Sie sich davon überzeugen.